Wenn du nach oben kommen möchtest, darfst du keine Ausreden haben. Deine Ausreden ziehen dich runter. Um nach oben zu kommen, musst du jeden Tag dein Bestes geben. Du kannst nicht erwarten, nach oben zu kommen, ohne es dir zu verdienen. Wenn du keinen Weg findest, erschaffe einen Weg. Die einzigen Grenzen, die du dir setzt, sind deine eigenen. Du entscheidest, wie weit du gehen möchtest. Du entscheidest, ob du weitermachst oder aufhörst. Wenn du nach oben schauen kannst, kannst du es nach oben schaffen. Du wirst tausende von Fehlern machen. Lerne aus jedem Fehler und gib nicht auf. Manifestiere es, halte es fest, gehe es hinterher, erreiche es. Was zählt, ist das Hier und Jetzt und die Zukunft. Vergebe der Vergangenheit. Schau nicht mehr zurück. Schau nach vorne und gehe es an. Wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter, bleib nicht stehen. Geh weiter. Das Stückste, was du tun kannst, ist stehen zu bleiben. Was zählt, ist das Hier und Jetzt und die Zukunft. Vergebe der Vergangenheit. Schau nicht mehr zurück. Schau nach vorne. Gehe es an. Es wird keine bessere Zeit geben als jetzt. Jetzt ist die perfekte Zeit, um es anzugehen. Jetzt ist die perfekte Zeit, um anzufallen. Jetzt ist die perfekte Zeit, es hinterher zu gehen. Es ist Zeit zu erschaffen, es ist Zeit zu arbeiten, es ist Zeit zu wachsen. Die Natur beweist uns, dass schöne Dinge nicht von heute auf morgen entstehen. Eine Blume wächst nicht von heute auf morgen. Dein Traum wächst nicht von heute auf morgen. Es muss eine Zeit lang wachsen und dann aufblühen.